West Cork Weit und breit kein Tourist zu sehen Ist das Leben hier vielleicht langweiliger als anderswo? Am besten mal im Pub nachschauen Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Okay, also langweilig hört sich das nun nicht an. Grund genug, sich Dunmanway mal näher anzuschauen. Mit seinen 2300 Einwohnern ist Dunmanway für irische Verhältnisse eine relativ große Stadt und zugleich ein wirtschaftliches Zentrum im Südwesten Irlands. Zu Fuß kann man hier viel entdecken. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Die berühmteste Person aus Dunmanway ist Sam McGuire, nachdem der irische Gaelic Football Award benannt wurde. Jedes Jahr im September feiert die Stadt deswegen das Sam McGuire Festival. Auch Musik kommt bei dem Festival nicht zu kurz. Neben traditionellen irischen Elementen sind aber auch andere Kulturen vertreten. Und wenn das Festival vorbei ist, hat man immer noch die Wahl zwischen unzähligen Pubs. Besonders lebhaft geht es meist in der Artsport zu. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.